Hallo liebe Fans, vielen Dank für eure Fragen und jetzt mache ich mich mal ran. Hallo Chris, ich habe mich für Bremen entschieden, weil es eine junge Mannschaft ist, wo ich denke, dass ich sehr gut reinpasse. Natürlich ein großer Verein, super Stadion hat, super Fans, ein gutes Trainerteam, wo ich einfach für mich denke, dass ich den nächsten Entwicklungsschritt machen kann. Hallo Tanja, nein, nerven tut es mich natürlich nicht. Uwe Seeler als Opa zu haben, ist etwas Besonderes. Er hatte eine super Karriere und ich denke einfach, ich werde jetzt meinen Weg gehen, habe eine eigene Karriere und das separat zu betrachten. Ich bin Leve Nacionali und das war's. Hallo Christian, über die Werder-Fans weiß ich, dass es treue Fans sind, auch in schlechten Zeiten, immer für gute Stimmung sorgen. Auch als ich letztes Jahr gegen Bremen gespielt habe, war die Stimmung im Stadion fantastisch und auch die Aktion mit Sladi jetzt beim Lactat-Test zeigt, dass er auch die Werder-Fans verlassen.